Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Egal welcher Zustand, wir hocken zusammen, wir quatschen und sind froh Alle sind willkommen mit ihrem Bus bis Baujahr 67 Wer mit dem Güdo kommt, hat platte Reifen, bald der 319-Fahrer rächt sich Wenn der Bus noch die schöne Schnute hat, leuchten unsere Augen, wir sehen uns daran nicht satt Weil er ne geile Form hat, er ist richtig praktischer, der 319 hat sich Tonnen transportiert Und durch die Jahrzehnte um dieses Auto steht wie Kein anderer Stein für Sympathie und ne Panne, die hat man fast nie Ich bin im Dorf mit dem 319, hab ihn in meiner Garage stehen Ganz oft schmeiß ich die Maschine an, um zu zeigen, was der noch kann Und wenn mein Kindermann der Ruhe stört, dann finde ich das unerhört Vom Feinstock kann keine Rede sein Der nebelt alles mit Grobstaub ein Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja Vom Feinstock kann keine Rede sein Der nebelt alles mit Grobstaub ein, bevor man ihn anschmeißt Mit der Diesellast richtig vorgeglüht Weil sich sonst der Anlasser vergeben zu meinen Startversuch bemüht Wenn der Saalstreuer leuchtet, geht's los Beim Fahren wird er so laut wie ein Bulldog Mancher Jungspund kriegt beim Anblick der Lenkrad, Schaltung und Schock Wenn der Bus noch die schöne Schnute hat Leuchten unsere Augen, wir sehen uns daran nicht satt Weil er ne geile Form hat, er ist richtig praktischer, der 319 hat Die Tonnen transportiert und durch die Jahrzehnte Und dieses Auto steht wie kein anderer statt für Sympathie Ne Panne, die hat man fast nie und jetzt alle Ich bin im Dach mit dem 319, hab ihn in meiner Garage stehen Ganz oft schmeiß ich die Maschine an, um zu zeigen, was der noch kann Und wenn mein Hinterwand der Ruß stört, dann finde ich das unerhört Vom Feinstaub kann keine Rede sein, der nebelt alles mit Grobstaub ein Ob als Omnibus oder Kasten, er transportiert Mensch oder Lasten Ob mit Kaffer oder Sparkasse, das Volumen ist an ihm das Krasse Ob Pritsche oder Kofferaufbau, das Fahrzeug, das ist einfach nur wow Doch ob mit Benzin oder Diesel, der ist niemals flink wie ein Wiesel Ich bin im Dach mit dem 319, hab ihn in meiner Garage stehen Ganz oft schmeiß ich die Maschine an, um zu zeigen, was der noch kann Und wenn mein Hinterwand der Ruß stört, dann finde ich das unerhört Vom Feinstaub kann keine Rede sein, der nebelt alles mit Grobstaub ein Ob Walsonibus oder Kast, er transportiert Mensch oder Lasten Ob mit Kaffer oder Sparkasse, das Volumen ist an ihm das Krasse Ob Pritsche oder Kofferaufbau, das Fahrzeug, das ist einfach nur wow Und es ist wirklich nicht übertrieben, dass wir ihn alle lieben